Und wie ist es? Holla, 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 holla. Was geht, Partyfreunde? Oh, was zum Teufel sind das für Dinger? Vorhänge? Langweilig. Leck mich am Arsch, ist das voll hier drin. Das ist fabelhaft, macht das Zimmer viel größer. Peter, da bist du ja. Wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ein paar Red Bull gekippt, nach New York gefahren. Was soll's denn? Ah, halli, hallo, mein kleiner Freund. Fertig. Wow, Dad, das war ja voll cool. Kann ich auch ein Red Bull probieren? Oh mein Gott, kannst du ein Red Bull probieren? Ich wär beleidigt, wenn du's nicht hittest. Hier hast du ein paar Dosen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, kurz. Nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Das würde wo die Woodpecker sagen. Na gut, ich geh raus und merke die Kuh. Peter, wo hast du diese Kuh her? Das ist ne blöde Frage, Lois. Ich hab sie gekauft, damit wir jeden Tag frische Milch haben können. Oh, Mann, dieses Red Bull ist wirklich starker Stoff. Willkommen zurück zu der Preis ist heiß. Wir drehen das Rad. Der Top-Gewinner des Tages ist Peter, also dreht er als Erster. Kommen Sie, Peter, so nah wie möglich an einem Dollar, ohne drüber zu kommen. Gut, Peter, während wir auf das Rad warten, wollen Sie jemanden grüßen? Oh ja, Drew, ich grüße Lois. Brian, Chris, Dewey, Meg, Joe, Bonnie, Quagmire, Cleveland, Mort, Seamus, Adam West, Dr. Hartman, Bruce Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Jillian, Consueler, den Riesenhahn und alle, die mich kennen. Okay, die freuen sich bestimmt. Wow, jemand sollte einen Krankenwagen rufen. Hey, was machst du da? Lois, wo ist mein Red Bull? Ich hab es aus dem Haus entfernt. Warum machst du so einen Scheiß? Weil es dich verrückt macht und weil es dir nicht gut tut. Deswegen hab ich es in den Garten geschüttet. Offizieller Blumeneinsatz. Was machst du, Peter? Ich mix mein eigenes Red Bull. Lois kann mich nicht davon abhalten, die krankhaften Höhen und Tiefen zu erleben, nach denen mein Körper verlangt. Moment, du schüttest da Kerosin rein? Das ist Wahnsinn, das zerstört deinen Körper. Kerosin ist Treibstoff, Brian. Red Bull ist Treibstoff. Kerosin ist Red Bull. Lass mich in Ruhe, während ich mich dieser Aufgabe widme. Dieser Drink wird dich umbringen. Brian, was mich umbringt, macht mich stärker. Siehst du, Brian, mir geht's großartig. Das ist ein Mensch. Ich komme jetzt von der Grund. Ich bin zust. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Ausatmen von Dosen.